Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die letzte Folge haben wir den neben Kehlkopf von diesem komischen Roboter für diesen komischen Hector gefunden und jetzt sind wir, kannst du da bitte runter gehen, diesen zurück bringen. Oh, wir haben schöne Hände. Mua, überall Menschen. Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Okay. Ach, der Handführer da war, aber ja, der Lidlow wollte ihm keinen Schuss gezahlen, also packte er ihre Hand. Ganz schnell, schau dir einen Finger auf. Weil er ihre Dinge hat. Aber er hat bestimmt eine schöne Regen-Sammlung. Das ist doch irgendwas für uns nämlich. Oder aus dem... Achso, ich gehe ja eher aus dem Weg. Wo wohnt denn der? Könnte ich mir das mal sagen? Wenn er eine schöne Regen-Sammlung hat, hätte ich die gerne. Wow. Hab gedacht, hier geht's vielleicht durch. Dramatische Musik. Hab ich noch Wasserfalle? Ja, hab ich. Was soll der Fall? Es ist mir zu hell, ich mach mal kurz das Licht los. Danke. Jetzt wird das Licht nicht wieder an. Hä? Nein. Hm. Hm. Nö. Wir werden angegriffen! Wachen! Bitte! Hey! Ich flehe euch an! Lasst mich leben! Hey! Hey! Du kannst mich gar nicht... Oh, er war das. Ich bin so. Ich wollte das ja eigentlich nicht tun, aber... Nja. Ich flocke eigentlich voll in die falsche Richtung. Ach, da kann ich durch. so, danke! Ich bin jetzt erst... ran schon. Danke! Dramatische Musik! Ach, da geht sogar ganz komplett durch. Da, 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 da... Da, 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 da... Da, da, da... Da, da, da... Da, da, da... Ähm... Musst du kurz zweimal noch mal stehen? Hier war ja nichts, ne? Ups! Ja, doch direkt. Oh, ich hab nichts im Fall. So, die ignorieren mich hier. Ich könnte auch irgendwie da rumlaufen. Gesundheit! Wenn sich das... Das hat zu viel Versagen gehört, als jetzt sie genossen. Jetzt warte ich, bis die Wachen da weg sind. Ja, hab ich den schon noch gemacht? Uuuuh! Aber der... das kam mir bekannt vor. Hä? Hm... Versteh's nicht. Ja, du warst schon. Tschüss ihr Fallidioten! Die Stadt ist so mockert. Möchtest du zu dieses Viertel gehen? Ja! Rechtlich. Danke. Der Schlaghausen soll nur bewusstes Schlag und keinen weiteren Schaden anrichten. Ich hab den Namen vergessen. Von der... dieser Greifhaken da ist... Ihr wisst bestimmt schon, wen ich meine. Zu viel Pause zwischen Diff und... Diff, weil... Ja, Minecraft und... Guck mal! Guck mal! Ich hab was gesehen. Schwer zu sagen. Ich bin nicht sicher, was das Machen wir haben. Verschwende keine Zeit mehr. Und schwupps, schon bin ich okay. Geh nachsehen. Hm. Mal rum. So. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja. Na ja, sagen wir es besser so. Ich weiß es nicht, aber... Ja, okay. Das hat es vorher gebracht, hier lang zu gehen. Ich bin jetzt wieder am Anfang. Geil. So hungrig. Hm. 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 Ich glaube, ich habe bald jemanden gesehen. Ich muss mich geirrt haben. Wir werden angegriffen. Alarm! Augen auf, passen bereit. Sieht voll cool aus. Ich krieg ne Belohnung, wenn ich dich finde. Oh, der hat ein Armbus. Er hat keine Chance. Nicht gegen uns beide. Und gegen nur ein von euch? Gewöhnlich? Oh. Oh, das ist nicht so. Oh. Oh, das ist nicht so. Oh, 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 oh. Menschen, okay. Oh, 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 oh. Das wäre schön, wenn du auch fair sein würdest. es die 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 ich hab mich nicht ich will dich doch gar nicht mein Gott das Mensch immer denkt ich möchte sie Nein, ich will doch nur hier lang. Äh. Schlipp, Mann. Bitte. Wenn du so weiter machst, ist natürlich nicht recht. Oh Gott. Ich wollte K.O. schlafen. Falscht hast du immer wieder. Das wird spät. Okay, doch nicht. Lecker auf du. Danke. So, auch hier bin ich gerade. Okay. Tchuh. Ich gehe mal, glaube ich, zu diesem, ähm... Wie hieß der Typ nochmal? Ich höre so mit B, meine ich. Ich höre so mit B. Ganz so, jetzt war... Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab oder so. vor allem ist er sich abgestürzt als ich das Spiel starten wurde Hallo? Herzliches So Ach, und was ist mit B? Baltho oder so? Das ist irgendwie sowas, glaube ich Komme ich da durch? Nö Gar quellig Der ist ja gar nicht mehr hier Boah, wo ist er dann dann nochmal? Oh, ja Ah, ich glaube die Zeitung habe ich schon gefunden Mal gucken, was hast du denn? Du hast ja ein bisschen Mehr als eine andere Werkzeug Upgrade Lederöl, was ist das denn? Verringert die Geräusche beim Gehen auf umschließend Geräusche verursachen, okay Ja Herzliches Rezept Das ist ja noch barme Wiste Cool Bassos Kranzelsalz Ah, cool Ich habe einfach kein Geld, du Hans, du Das hat nichts mit deiner Qualität zu tun, sondern eher da, so dass ich da ich kein Geld habe Ja Okay, da ist doch etwas länger Ja Es leckt Es leckt Und leckt Ich glaube ich bin gerade zent falsch Ich glaube ich bin gerade zent falsch Nein, stopp Du bist nicht drauf Hier, komm rein Ja Ja Ich bin gerade Ich bin gerade Ja Ich bin gerade Ich komm hier ja gar nicht. Ja, okay, dann geh ich halt wieder da durch. Kurz strecken hier. Es ist richtig früh am Morgen. Ach, wohin erst richtig aufgestanden. Oh, der kleine Runde mit dem falschen Bart. Das ist falsch. Immer dies rumgelaufen. Ich glaube, ich laufe schon so lange rum. Ich glaube, ich laufe noch so lange rum, bis dann die Folge vorbei. Oder ich laufe so lange rum, dass dann die Folge vorbei ist, wenn man da gerade ankommt. So. Oh, besseres Deutsch. Und so früh am Morgen. T-t-t-t-t-t. Dam, dam. Oh, es tut mir leid. Boah. Nur, ich neb jetzt schon die Folge von morgen auf. Und die brauche ich halt, wenn ich weiß schon morgen, was ich zu tun habe. Ich muss mich gebt haben. Ja, wusste. Was das Donner Dayport? Ja, eine Explosion hörte sich an als Kamps vom Bergfried. So, Hector Sammelshaus, Ziel auf den Kopf, wenn du gegenständlich auf eine ohne Hand wirst, okay. Hallo Hector. Drück, etwas Zeit kann ich erübrigen. Hier ist der Kehlkopf. Euer Dieb hat ihn versetzt, bevor die Wache ihn für seine Mühen aufgehängt hat. Dann hat er wenigstens bekommen, was er verdient hat. Danke. Gute Arbeit. Mit dem Kehlkopf ist mein Metallmann fast so weit aufzuwachen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mein Sprössling geht vor. Kommt bitte später wieder. Ich muss arbeiten. Kommt später wieder. Okay. Ach, Auge. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Dann würde ich mich sagen, wir sind noch um den Weg zum Dings, zum Hauptdings. Ja, okay, fünf Minuten. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg zu der Hauptmission und dann beendet die Folge schon. Tut mir leid, dass jede Folge nicht so viel passiert ist, aber solche Folgen muss es ja auch geben, ne? Und hier. Jede Spiel hat ja nur. Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf wegreien. Oh. 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 Vielen Dank.